Berlin kann bitterkalt sein, aber zu Hause ist es warm. Wo wir essen, schlafen, uns waschen, wo wir uns bereit machen für einen weiteren Arbeitstag. Es ist, wo wir spielen, wo wir uns lieben. Hier passiert das Leben, das ganze Leben. Unser Zuhause sollte sicher sein. Aber wohnen wird immer teurer. Miete, Strom, Gas, alles kostet viel zu viel. Energiekonzerne machen Rekordgewinne. Wie kann es sein, dass Wohnen zum Luxus geworden ist? Großkonzerne modernisieren unsere Wohnungen und erhöhen die Mieten. Sie spekulieren mit unserem Lebensraum. Sie verdrängen uns aus unserer Nachbarschaft. Müssen wir das hinnehmen? Müssen wir wegziehen? Müssen wir in unserer Stadt in Angst leben? Nein. 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 Es gibt einen anderen Weg. Wir haben längst dafür abgestimmt. Wenn unsere Häuser endlich uns gehören, machen wir sie warm, bezahlbar und klimafreundlich. Damit Berlin unser Zuhause bleibt. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. SD-Tip. Bis zum nächsten Mal. Wie soll es diese Ruhe? Untertitelung des ZDF, 2020